Das Bittgebet bei Kummer und Sorge O Allah, wahrlich, ich bin dein Diener, der Sohn deines Dieners, der Sohn deiner Dienerin. Meine Stirnlocke ist in deiner Hand, wirksam in mir ist deine Macht, gerecht in mir ist dein Beschluss. Ich bitte dich mit jedem Namen, der deiner ist, mit dem du dich selbst benannt hast, oder den du herabgesandt hast in deinem Buch, oder den du einem deiner Geschöpfe gelehrt hast, oder den du ganz für dich genommen hast im Wissen des Verborgenen bei dir, dass du den Koran zum Frühling in meinem Herzen machst und zu Licht in meiner Brust und bewirke durch ihn die Beseitigung meines Kummers und den Weggang meiner Trauer. Meine lieben Geschwister, kein Diener leidet unter Sorge und Trauer und spricht dieses Bittgebet, außer dass Allah ihn von seinem Kummer und seiner Trauer befreit und ihm anstatt dessen Freude gibt. Und der Prophet wurde gefragt, a.s.w., ob man dieses Bittgebet denn nicht lernen soll. Und er sagte, doch, wer dies hört, sollte es auch lernen. Dieser Hadith ist überliefert bei Ibn Hibban. Allahumma inni عبدك, ابن عبدك, ابن أمتك, ناصية بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاءك. Allahumma inni abone.